Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live auf meiner Baustelle für euch. An einem Sonntag mit einem neuen Videotagebuch. Ja, warum am Sonntag? Vielleicht hat es der ein oder andere ja gestern gesehen. Zu gewohnten Tagebuchzeit habe ich mir einen kleinen April-Scherz erlaubt. Es tut mir leid, ich konnte es mir einfach nicht verkneifen. Wenn schon das Tagebuch genau auf den 1. April fällt, um Himmels Willen, dann wollte ich auch mal einen April-Scherz machen. Da habe ich letztes Jahr irgendwie vollkommen verpennt. Naja, wie dem auch sei, dadurch heute kleine Verzögerung. Einen Tag später das echte Tagebuch. Leute, es geht natürlich weiter hier. Das war alles nur ein April-Scherz. Mehr erkläre ich euch gleich so ein bisschen zwischendurch beim Erzählen. Wir haben ein bisschen weiter gemacht. Ich habe an der Protonschalle abgerissen, der Zimmermann war da und so weiter und so weiter. Deswegen an der Stelle quatsche ich gar nicht lange, sondern wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ja, für alle, die das Video vielleicht noch nicht gesehen haben und jetzt vielleicht gar nicht so genau wissen, was hier gerade los ist, werde ich hier oben mal einblenden. Da könnt ihr das vielleicht gerade noch nachholen, wie auch immer. Kleiner April-Scherz. Ich hatte mir da dieses Jahr ein paar Gedanken gemacht. Wie gesagt, es fällt ja genau auf den Samstag und da wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Und dann überlegt man ja, was würde ganz gut passen, was wäre ganz lustig. Und ich hatte, also das hier mit der Bahnstrecke kann ich gleich nochmal genauer erklären. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt, weshalb ich das auch einen recht guten April-Scherz fand. Hatte aber vorher noch so ein paar andere Sachen. Zum Beispiel, ihr wisst doch auch hier bei YouTube, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das betreibt ja unter dem Hashtag Funk, betreibt das ja diverse YouTube-Kanäle. Also alle so ein bisschen was so in Richtung Allgemeinbildung und was auch immer politischen Kram und so geht. Das wird über Funk, über das Funk-Netzwerk praktisch von den öffentlich-rechtlichen betrieben. Und da hatte ich ursprünglich geplant, das war eine meiner Ideen, dass ich sozusagen stolz verkünde vor der Kamera, dass ich jetzt auch dem Funk-Netzwerk angehöre. Das heißt, von euren GEZ-Gebühren dankend bezahlt werde. Aber im Gegenzug muss ich dann Gendersprech einführen und hätte dann das gesamte Video durchgegendert. Also das wäre mir wahrscheinlich übel schwer gefallen, wie auch immer. Aber allerdings habe ich da bei dem Thema, das ist ja immer, da musst du ja immer extrem vor sich sein. Das ist ja relativ politischer Kram und so. Und dann mit diesen ganzen Gendern hin und her, das kann man ja für gut oder für schlecht befinden. Da will ich jetzt auch gar nichts zu sagen. Das war nämlich der Punkt, weshalb ich das nicht gemacht habe. Weil ich nämlich dann auch glaube, dass viele da richtig die Hasskappe aufkriegen. Da gehen dann die roten Alarmglocken an. Und das ist dann so ein sogenanntes Red Flag. Also dann hätte ich tatsächlich, also ohne dass ich es jetzt ausprobieren möchte. Aber wenn ich sowas machen würde als Scherz, dann behaupte ich mal, dass ich aufgrund solch eines Videos extrem viele D-Abos kriegen würde. Einfach nur, weil es so ist. Wir sind hier halt im Internet. Und naja, daraufhin habe ich dann gesagt, nee, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Ich will auch keinen Stress machen. Ich will auch nicht irgendwie, das soll ja auch witzig sein und nicht irgendwie politisch aufregend. Da dachte ich, diese Nummer mit der Bahn, das würde eigentlich ganz gut passen. Und was ich euch da gezeigt habe in dem Video mit diesen Suchkorridoren und sonst irgendwas, das existiert wirklich. Also das ist wirklich so, dass diese Schnelltrasse von Berlin nach Hannover genau hier lang gehen soll. Allerdings diese etwas Detailplanung, die es da mittlerweile schon gibt, die sieht jetzt nicht vor, dass die bei uns hier am Grundstück lang geht, sondern tatsächlich bei meinen Schwiegereltern hinterm Haus. Also da könnte das wirklich nochmal ziemlich interessant werden. Dann auf dem Hof, weil da soll das wirklich lang gehen. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Wahnsinnsidee. Also Wahnsinn im Sinne von irre. Völlig bekloppt, weil das würde Milliarden kosten. Die müssen irgendwie zwei oder drei Brücken bauen. Und so eine 300 kmh ICE-Trasse, das ist halt nicht nur so eine Fummelbrücke. Das muss dann schon was Richtiges sein. Also das ist schon echt übel, was die hier vorhaben oder was die hier in ihren Plänen drin stehen haben. Und das ist auch so, wo ich mich so ein bisschen drüber aufgeregt habe, da in dem anderen Video. Das ist halt, wenn du dir überlegst, wer von euch Bahn fährt, der weiß, jeder zweite, jeder dritte Zug ist unpünktlich. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Die Gleise funktionieren nicht. Ich bin früher eine ganze Zeit, ich bin mehrere Jahre mit der Bahn gefahren zur Arbeit. Und das war eine pure Katastrophe. Das war wirklich Katastrophe. Ich bin zum Studium mit der Bahn gefahren, immer mit mir Regional Express 6 Richtung Ruhrgebiet. Musste ich dann in Hamm und so und dann mit mir Regional Bahn weiter. Das war viereinhalb Jahre Studium, eine Katastrophe mit der Bahn. Danach dann Arbeit. Dann bin ich nach Hameln immer gefahren mit der Bahn. Und das war genauso eine Katastrophe. Also wie du drehst und wendest, Eisenbahn ist in diesem Land sowas von runtergewirtschaftet. Und wenn ihr dann eben mit solchen Milliardenprojekten ankommen mit 300 kmh ICE-Tressen, dann fehlt einem da halt irgendwo auch so ein bisschen das Verständnis. Also deswegen, naja. Also das kann man vielleicht in Zukunft, wenn da irgendwas mal ist. Aber wie gesagt, das soll an der Stelle ein Scherz sein. So, dann lassen wir uns mal zurückgehen hier zum Video. So, ihr seht, ich habe jetzt eben noch ein bisschen aufgeräumt. Das ist ja relativ unspektakulär, aber muss ja auch gemacht werden. Und jetzt baue ich das Gerüst hier auf. Und da habe ich mir überlegt, das muss ich unbedingt näher an der Wand stehen haben. Weil das war wirklich unangenehm beim letzten Mal, ja. Wenn man so weit von der Wand weg steht, diese schweren Protonensteine darunter zu kriegen. Deswegen stelle ich es jetzt hier wirklich, es sieht ein bisschen wackelig aus. Aber dadurch, dass man die Füße so wunderbar verstellen kann, in also doch recht großen Dimensionen, kann ich das Gerüst hier wirklich ganz an die Wand stellen. Obwohl es jetzt auf der einen Seite, ihr seht es da, da habe ich das Holz drüber gelegt. Damit ich da ein bisschen mehr Druck drauf ausüben kann, ohne dass es wegsackt. Auf der anderen Seite steht es dann unten im Loch und so. Ist echt der Wahnsinn, was du da mit dem Gerüst für Einstellungen. Und ihr seht ja, ich bewege mich da drauf. Also ihr müsst mal darauf achten, das Gerüst wackelt nicht. Das ist der Wahnsinn. Und das ist dann schon gar nicht schlecht. Und jetzt stehe ich hier wirklich genau an der Wand und kann eben dann entsprechend da auch abreißen. Und ja, gleiches Spiel wie schon auf der anderen Seite. Also logisch fängst du immer oben an. Aber das ist auch der Punkt, warum ich das Gerüst erst auf die andere Seite jetzt gefahren habe. Dass ich erstmal diese obersten zwei Reihen darunter kriege. Weil das ist einfach auch das Anstrengendste. So da ganz oben. Dann erstmal diese Deckenbalken da freilegen und so weiter. Den Deckenbalken, der jetzt rechts gesehen hängt, den habe ich ja schon jetzt außerhalb der Kamera. Das kann man jetzt hier nicht sehen. Da habe ich den ja schon einmal gesichert, weil mir nicht so ganz klar war, wie der da noch befestigt ist. Also irgendwo war der da noch befestigt. Da ist irgendwo noch ein scheiß Nagel da drin gewesen. Und hinten an der Giebelwand, da liegt der auch nur noch frei. Das heißt, das ist auch noch so ein Spaß. Da muss ich mich jetzt gleich die ganze Zeit immer drum kümmern, dass ich den langsam runterlasse. Weil unten sind ja immer noch meine Abflussrohre. Die habe ich natürlich gesichert. Fand ich auch lustig in den letzten Videos, als ich da immer die Steine hingeworfen habe. Oder auch beim Decken und so. Dass da immer viele gesagt haben, ja, was ist denn mit den Rohren, was ist denn mit den Rohren? Da mache ich mir natürlich schon einen Kopf drum. Das heißt, da habe ich immer Steine drum rum liegen, Protonsteine und immer noch was drüber liegen. Damit, wenn irgendwas runtersemmelt und runterfällt, dann das nicht direkt auf das Rohr fällt. Weil das wäre halt dann schon echt übel, wenn ein einbetoniertes Abflussrohr dann zerstört würde. Das kannst du bestimmt irgendwie flicken. Aber das wäre natürlich auch schon ätzend, wenn es noch nicht einmal benutzt worden ist und dann schon kaputt ist. So, hier ist jetzt auch so ein Ding, weshalb ich hier so ein bisschen zögere. Da war nämlich relativ viel Druck drauf. Aber ihr seht es, am Ende des Tages war das jetzt nichts Weltbewegendes. Aber da muss man immer aufpassen, wenn man merkt, wenn man jetzt mit dem Meißel da reingeht und man merkt, hm, irgendwie ist da ganz schön Druck drauf. Aber hier lag es jetzt einfach nur daran, dass der da recht stramm drunter sitzt. Da ist ja noch dieser Rest von dieser Fensterleimungsgeschichte da oben. Da habe ich ja diese Spanplatte um das Fenster, das habe ich ja alles sitzen lassen. Und das übt jetzt halt ein bisschen Druck von oben aus. Aber ist jetzt nicht, dass da eine Last drauf wäre. Aber deswegen ging der Protonenstein da nicht ganz so einfach drum weg. So, ihr seht jetzt hier, habe ich einen kleinen Strick drum gemacht. Das ist die Idee dabei. Ich will das natürlich möglichst kontrolliert runterlassen, weil da unten steht ja auch das Gerüst. Also dieser Ausleger da unten, der ist genau in der Fallzone sozusagen. Und es macht halt keinen Sinn. Also wenn er auf der anderen Seite runterfällt, dann kann ich es nicht ändern. Aber da ist jetzt kein Gerüst. Nur hier ist halt das Gerüst und deswegen habe ich den Strick da drum gemacht, dass ich den auf jeden Fall kontrollieren kann. Weil so wahnsinnig schwer ist der nicht. Das ist halt so ein Eichen, äh Quatsch, nicht Eichen, so ein Fichtenrundholz da. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig schwer. Ja, aber es muss auch nicht aus vier Metern höher aufs Gerüst fallen. Das sind halt immer zwei verschiedene Paar Schuhe. F ist gleich MLG, sage ich nur. Da muss man schon ein bisschen ein Auge drauf haben. Darum mache ich mir hier nahezu schon leicht einen fertig, weil ich jetzt hier immer natürlich den einen Stein an der Seite, dann das Hölzchen wieder ein Stück rüber, dann den nächsten Stein und so. Also ist ein bisschen umständlich, aber nur so kann ich halt vermeiden, dass das Ding da halt so aus der Höhe runterballert, ohne dass ich das irgendwie kontrollieren könnte. Und so ein Stück weit ist das Ganze jetzt ja auch fast schon ein Geschenk auspacken, ja. So nach und nach kommt jetzt das Fachwerk dahinter zum Vorschein. Das Rähm hatte ich euch, glaube ich, letztes Mal schon gezeigt. Also das Rähm oben, das ist eigentlich in einem Top-Zustand. Das ist halt hier die Südseite, oder nahezu Süden. Das ist der Riesenvorteil jetzt hier an dieser Wand, auch wenn die von außen halt schon etwas Wetter gezeichnet ist. Aber das Holz an sich ist halt hier auch immer trocken geblieben, auch wenn hier vielleicht Sachen nicht ganz so korrekt gebaut wurden mit Zementputz etc. pp. Aber weil eben die Sonne das hier immer ordentlich beschieden hat, hat das Holz eben immer die Möglichkeit gehabt, auch wieder abzutrocknen. Und das siehst du den Balken auch an. Die sind von innen, sehen die praktisch aus. Naja, ich will jetzt nicht sagen wie neu. Die sind ja schließlich auch 180 Jahre alt. Aber die sehen halt wirklich gut aus. Da ist auch von der Qualität her scheinen die auch ein Stück besser zu sein. Also bei vielen anderen Ständern, da ist halt auch sehr viel Splintholz dran. Und dann siehst du dann natürlich logischerweise am Splintholz hast du ja auch dann wieder Holzwürmer und so. Ist ja logisch. Aber das ist bei Eichenholz eigentlich nicht weiter schlimm, weil die halt nicht in den Kern reinkommen. Aber diese Ständer hier, die sind erstmal von der Dimension ein ganzes Stück dicker. Die haben also meistens so 18 bis sogar 20 Zentimeter und sind wirklich Kernholz. Also das ist schon ein etwas anderes Kaliber. Also diese Giebelwand hier ist auf jeden Fall wesentlich besser aufgebaut als die andere Giebelseite, sag ich jetzt mal. Und auch zum Teil halt besser als die Traufenseite. Also von daher, ich bin mal gespannt, wenn ich unten angelangt bin, ob ich dann meine Vorfreude noch ein bisschen relativiere. Aber bis jetzt sieht das ganz gut aus. Also das können wir uns ja auch mal hier einmal ein bisschen näher angucken. So, dann werfen wir doch mal einen Blick hier oben in meine kleine Ecke. Ich bin jetzt ja schon ganz gut vorwärts gekommen. Ich muss eine kleine, nicht Raucherpause, sondern Akkuladepause machen. Da wird schon fast ein Running weg. Also der Akku ist natürlich wieder leer. Aber egal, das ist ganz gut. Da kann man hier mal einmal einen Blick drauf werfen. Jetzt habe ich hier den obersten Bereich schon ganz gut freigelegt. Was man jetzt vor allen Dingen schön sieht, das ist der Zustand vom Fachwerk so langsam. Da hinten sieht man das ja auch schon. Das sieht eigentlich, also vor allen Dingen, wenn man so einen Blick auf das Rehm wirft, das sieht schon ziemlich gut aus. Und auch hier, das ist schon echt tip top. Das werde ich mal so, sag ich mal, ich schätze mal, das hängt ein bisschen damit zusammen. In diese Richtung ungefähr ist Süden. Das heißt, das hier war echt die Sonnenseite. Und hier hat natürlich das Fachwerk extrem wenig Feuchtigkeit abbekommen. Das ist zwar jetzt von außen dann durchaus etwas wettergegerbt. Von außen sieht es ja nicht ganz so top aus. So, halt eine sehr raue Oberfläche. Aber die Balken sind natürlich tip top. Vor allem sind ja auch richtige Bullermänner verbaut. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und vor allem das Rehm ist auch in einem Top-Zustand. Also das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Natürlich ist uns klar, unten muss die Schwelle und so weiter neu. Wie diese Ständer jetzt weiter unten aussehen, wissen wir, weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Man soll den Ständer nicht vor der Schwelle loben. Schauen wir mal. Und hier, ich weiß nicht, ob dieser Ständer bis unten hingeht. Das weiß ich auch nicht genau. In der Ecke fehlt jedenfalls, glaube ich, der Ständer. Naja, da muss ich mal gucken. Das sieht man ja noch. Um diesen blöden Deckenbalken muss ich mich noch kümmern. Da habe ich jetzt einen Strick dran gemacht. Die Idee ist, ja, also so ein bisschen, wenn ich jetzt hier noch zwei, drei Steine weniger habe, dann müsste ich den eigentlich da vorher kriegen. Und dann kann ich ihn am Strick, naja, idealerweise so halbwegs kontrolliert runterlassen. Meine Röhrchen da unten hatten letztens die, einige Zuschauer auch ein bisschen Angst. Die hatte ich die ganze Zeit immer geschützt, ne, weil das wäre halt auch ziemlich fatal, wenn da jetzt irgendwas draufschmettert. Muss ich mal sehen, ne, also das wird noch so eine etwas interessantere Geschichte. Aber jetzt muss ich mich erstmal wieder um den Schutt kümmern. Da, das, da ist ja auch immer, ne, da ist man ja auch kein Kind von Traurigkeit, dass ich das jetzt wieder nach draußen kriege. Aber da kriege ich jetzt so langsam so einen guten Rhythmus rein, ne. Immer wenn der Akku leer ist, kann ich mich um Schutt nach draußen kümmern. Dann ist der Akku wieder voll und dann kann ich wieder abreißen, ne. Das heißt, dann geht es gleich groß rüber und bei diesem Teil der Schale bei. Und dann gucken wir mal, wie weit wir noch kommen, wa. Ja, das sag ich euch mit diesem Schutt nach draußen, du meine Güte. Das ist wirklich ein Geeier wieder, ne. Also, das ist jetzt, jetzt wird der ein oder andere fragen, mein Gott, warum machst du das überhaupt mit der Schubkarre, ne. Warum, du hast doch einen Kettendamper und all so ein Kram, ne. Ja, das Problem ist, ich muss ja nur hier 15 Meter durch die, durch die Dele und dann, na, ist ja draußen schon, wo ich es hinschütte, das lohnt sich. Dafür lohnt sich natürlich der Kettendamper nicht, weil das viel zu viel Rangiere mit dem Ding ist. Also, da brauchst du mehr als doppelt so lange mit dem Kettendamper, ne. Das ist einfach so, ne. Da ist das mit der Schubkarre viel schneller zu erledigen. Aber es ist natürlich anstrengend, ne. Und dann diese blöden Protonsteine, die sind dann halt auch zum Teil randvoll mit Zementmörtel, also wiegen dann auch mal schnell das Doppelte, dass du also so einen ganzen Protonenstein, den kannst du fast gar nicht anheben, so schwer ist der, ne. Deswegen zertrümmere ich die manchmal jetzt hier auch schon und mache mir die Arbeit, weil ob ich sie jetzt drin zertrümmere und kann sie dann leichter bewegen oder ich zertrümmere sie draußen, spielt dann ja auch am Ende keine Rolle, ne. Da waren ja auch mal wieder, ne, ich hätte das auch gerne automatisiert hier, ne. Das sehe ich ein, ne, dass dann immer viele sagen, Mensch, hier, mach doch ein Förderband oder sonst irgendwas. Leute, erstens habe ich kein Förderband und zweitens, ja, da habe ich das nun mal nicht. Also was soll ich machen? Und auch ein Förderband musst du halt auch aufstellen, etc. Also das ist halt immer alles, immer alles nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Deswegen ist an vielen Stellen nun mal Handarbeit nötig. Da bleibt eine Schippe und eine Schubkarre, bleibt dann nun mal das Werkzeug der Wahl. Und in diesem Fall natürlich auch ein Vorschlaghammer. So, und jetzt könnte ich mich schön hier auf meinem Thron aus Protonenstein natürlich auch mal eine kleine Kaffeepause gönnen. Und an der Stelle natürlich wie immer, Freunde, ein dickes Dankeschön an euch alle da draußen, die hier immer so fleißig meine Videos schauen, liken, kommentieren und auch mal weiterempfehlen. Ich kann nur sagen, Dankeschön, ihr seid das beste Publikum hier bei YouTube, wie man immer so gerne sagt. Ja, und das ist auch tatsächlich, wenn wir überlegen, wir haben jetzt bald schon 90.000 Abonnenten, wenn ich hier auf meinen Zähler schaue. Gar nicht mal so schlecht. Das Rennen auf die letzten, ich will es mal nennen, die letzten 10.000 Abonnenten, die noch fehlen zur 100.000, ist wohl quasi eröffnet. So, jetzt hatte ich ja eben groß angekündigt, ich will dann erst auf der anderen Seite weitermachen. Wie ihr hier gerade feststellt, habe ich jetzt aber hier gebrochen mit meinem Wort. Das kann ich aber ganz einfach erklären. Normalerweise sehe ich halt immer zu, dass ich das Gerüst von der Höhe her immer dann nur einmal verstelle und dann eben das Gerüst hin und her fahre. Das ist meistens der Weg mit dem niedrigsten Aufwand. Hier ist es jetzt aber so, ihr habt es ja auch eben gesehen, beim Aufstellen des Gerüstes war das jetzt aber hier unten relativ kompliziert. Und wenn ich das jetzt rüberfahre, wieder auf die linke Seite, dann muss ich das alles wieder zurückstellen. Und wenn ich dann wieder hier rüber will, muss ich es wieder alles hin und her. Sprich, es macht hier an dieser Stelle tatsächlich Sinn, zuerst die Höhe des Gerüstes zu verändern und das Gerüst praktisch hier stehen zu lassen. Und bis ich dann unten angelangt bin und wenn ich dann soweit bin, dann fahre ich das Gerüst wieder rüber. Dann habe ich also jetzt eben praktisch eine kleine Planänderung gemacht. Habe ich mir so beim Kaffeetrinken ausgedacht, dass das wahrscheinlich so rum einfacher ist. Das hat übrigens bei solchen Arbeiten, also zumindest für mich, immer oberste Priorität. Ja, dass das so einfach und mit so wenig Aufwand wie möglich gelingt, das dann entsprechend umzusetzen. Das mag immer im Video manchmal immer nicht so rüber kommen. Das lese ich ja in den Kommentaren manchmal, was ich mir allen fertig mache und so weiter. Klar, natürlich, was man ja nicht vergessen darf, ich bin kein Profi. Ich mache viele Dinge hier zum ersten Mal. Gut, Protonscheine auseinanderreißen mache ich nicht zum ersten Mal, aber so grundsätzlich. Das führt dann manchmal dazu, das gebe ich auch offen zu, dass ich natürlich manchmal ein bisschen verkopft, wie man so schön sagt. Das heißt, ich denke mir Sachen dann kaputt und mache es dann leider ein bisschen überkompliziert, wobei es dann viel einfacher ginge. Zum Beispiel die ganze Nummer damals, naja, damals, ich kling schon hier so wie so ein Veteranien, aber damals mit der Geschichte, wie kriege ich den Schutt am ehesten auf den Anhänger, mit dem Dumper? Dass ich dann immer überlegt habe, baust du da hinten eine Rampe für den Teleskop, bla 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 bla. Ja, einfachste Lösung, man stellt einfach die Alurampen, die ich ja auch besitze, einfach an die Schaufel vom Teleskop-Lader und lädt direkt rein. So buff, ne? So, und das meine ich damit. Manchmal gehe ich Sachen vielleicht ein bisschen komplizierter an, aber die Intention ist natürlich immer, dass ich das so einfach wie möglich hinkriege. Also entweder, indem ich Maschinen benutze, dann ist es auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen länger dauert, weil mit Maschinen ist das Ganze nun mal einfacher. Oder eben, dass es dann mit so wenig Handgriffen wie möglich funktioniert. Deswegen wie eben auch zum Beispiel mit der Schubkarre. Einfacher und schneller kriegst du eben die Steine nicht aus dem Haus, weil von selber rauslaufen tun die leider nicht. Also entweder brauchst du halt Helfer, die dir dabei helfen, dass man das mit mehreren Leuten anpackt. Dann ist es auch immer ein bisschen einfacher. Oder man muss sich am Ende damit abfinden, dass es eben Handarbeit ist, aber dann eben mit so wenig Aufwand wie möglich. Ich habe natürlich jetzt hier ernsthaft das Problem, dass es auch echt Leute in diesem Zertrümmern von den Steinen draußen. Ich muss auch mal gucken, das wird ein relativ großer Haufen, dass ich jetzt vielleicht doch nochmal den Treckeranhänger hier hinhole oder hinholen lasse oder bringen lasse. Den darf ich ja gar nicht selber bewegen. Und dass ich dann eben zusehe, dass ich da doch nochmal einmal eine Ladung dann mit dem Anhänger wegfahre. Weil das wird glaube ich vor dem Haus dann doch am Ende des Tages ein bisschen viel. Muss ich mal gucken. Der Haufen wird auf jeden Fall immer größer draußen. Ja und ein paar Steine kommen da ja noch zu. Naja, mal gucken. Jedenfalls jetzt hier seht ihr auch die Laibung. Oh, dieses Fenster. Oh, da bin ich ja auch nochmal gespannt. Das müsste normalerweise an der Protonenwand festgemacht sein. Ich glaube nicht, dass das Fenster am Fachwerk befestigt wurde damals von dem Fensterbauer, von dem Profi da. Oder es ist tatsächlich auch nur eingeklebt. Werden wir da mal sehen. Muss ich denn mal gucken. Irgendwo habe ich noch einen Griff dafür rumfliegen, dass ich das Fenster mal aufmache, dass ich mal gucke, wie ist das befestigt. Und dann entweder baue ich es raus oder wenn es an der Protonschale befestigt ist, dann erledigt sich das ja mehr oder weniger von selber. Geil ist auch der Fenstersturz. Ist tatsächlich einfach nur ein Brett. Gut, kann man machen. Ich meine, hat ja letzten Endes auch jetzt 40 Jahre gehalten. Also von daher will ich da nichts Schlechtes drüber sagen. Aber so ein richtiger Fenstersturz wäre natürlich auch praktisch. Aber vielleicht kann auch sein. Vielleicht weiß das andere. Vielleicht ist das bei Protonensteinen ja auch gar nicht so notwendig. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe auch jetzt gerade gar nicht darauf geachtet, wo der Stein, also wie der Stein drüber lag. Naja, wie auch immer. Ich nähere mich jetzt hier jedenfalls schon mal dem Boden. Das ist gar nicht schlecht. Das Problem ist aber, ich kriege das Gerüst jetzt hier nicht raus, weil ich rundum, das sieht man zum Glück nicht in der Kamera, aber rundum alles voll liegen habe mit Steinen. Das heißt, die müssen erst raus, bevor ich hier das Gerüst umstellen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt hier an der Stelle keine Lust mehr zu. Aber Gott sei Dank hatte sich ja der Zimmermeister angekündigt. Und so konnten wir endlich mal wieder so ein bisschen am Fachwerk weitermachen. Und auch für mich war das mal wieder richtig schön, dass wir mal zusehen, jetzt hier dabei zu gehen. So, was haben wir jetzt für eine Aufgabe? Ihr seht, hier haben wir schon den Laser aufgestellt. Und ja, der Plan ist natürlich jetzt hier, diese Traufenseite fertig zu machen. Allen voran erstmal die Schwelle da einzuhängen. Und ich hatte ja da zwei, das sind 7,20 Meter, glaube ich, gewesen, die ich da, die Eichenkanthölzer, die ich besorgt habe. Und jetzt müssen wir hier natürlich als allererstes sehen, dass wir das Ganze auf eine Höhe bringen, also sprich mit dem Laser das Ganze jetzt hier ausmessen, anzeichnen und so weiter. Und anschließend, ihr seht das jetzt hier einmal kurz in Echtzeit, sehen wir jetzt mal zu an der entsprechenden Höhe, die wir jetzt hier eingezeichnet haben. Da werden jetzt praktisch neue Zapfen gebaut. Auch wenn ihr jetzt hier seht, es sind ja eigentlich in diesem Bereich die Zapfen sogar gar nicht mal so schlecht. Das haben wir aber vorher natürlich nicht gewusst. Wir sind natürlich davon ausgegangen grundsätzlich, dass diese Zapfen im Arsch sind, weil an der Giebelwand waren sie schon. Da war ja gar nichts mehr da an der Giebelseite. Und jetzt hier sahen die Schwellen ja auch nicht so top aus. Und da war uns der Zustand der Zapfen nicht klar. Und deswegen haben wir die hier von vornherein haben wir das so ausgelegt, dass wir hier das Eichenholz quasi, was sind das immer, 6 cm glaube ich, dass wir dann 6 cm abschneiden und praktisch dann aus diesen 6 cm dann jeweils einen neuen Zapfen pro Ständer dann bauen. Und ganz hinten seht ihr das, oder wenn ihr eben drauf geachtet habt, aber ihr seht ihr vielleicht später dann noch, ganz hinten in Richtung anderer Giebelseite, da waren gar keine Zapfen dran. An den Ständern ist auch nicht schlecht. Naja, aber das hilft uns natürlich. Es spielt uns auch hier in die Karten, weil das mit dieser Strategie natürlich trotzdem funktioniert. Und das Beste jetzt wird einer oder andere sagen, ja Moment mal, jetzt schneidest du doch hier 6 cm von den Ständern ab. Das ist doch dann 6 cm, die dir irgendwo fehlen. Jaha. Wir haben allerdings, als wir die neue Giebelwand gebaut haben, haben wir das schon vorgesehen. Das heißt, die Schwelle der neuen Giebelwand, da steht jetzt oder hockt gerade der Zimmermeister vor, aber müsst ihr mal drauf achten, die Schwelle ist tatsächlich 6 cm höher. Ja, also das haben wir da von vornherein, oder nicht wir, sondern das hat der Zimmermeister von vornherein vorgesehen, dass praktisch die Giebelseite jetzt schon 6 cm höher gebaut ist, als ursprünglich. Und dadurch kriegen wir jetzt hier an der traufen Seite genau diese 6 cm Luft, damit wir da neue Zapfen dran schneiden können. Und genau das gleiche machen wir praktisch dann bei der anderen Giebelwand auch noch. So haben wir dann nachher praktisch die gesamte Schwelle, wenn man so will, 6 cm höher gemacht, aber dadurch eben sparen wir uns eine ganze Menge Arbeit, weil wir jetzt hier an den Ständern, das konnte man vorher halt auch sehen, dass die im unteren Bereich teilweise auch ein bisschen, ich will es mal nennen, össerlich waren, aber sobald du halt so ein paar Zentimeter höher gehst, dann sind sie eigentlich ganz solide. Und dadurch spaßet ihr halt auch das sogenannte Anblatten von den Ständern, was auch eine Menge Arbeit einspart. Also jetzt hier, ich sag mal in Anführungszeichen, nur neue Zapfen dran bauen. Das ist wesentlich schneller erledigt, als wenn wir jetzt hier hätten anfangen müssen, hier, keine Ahnung, 30 cm abschneiden, ein entsprechendes Blatt konstruieren, dann das Ganze wieder zusammenbauen. Also das würde auf jeden Fall richtig Zeit und damit auch Geld kosten. Und so ist das hier definitiv die beste und schnellste Möglichkeit, das hinzubekommen. Das sind zwar hier ein paar Ständer, aber insgesamt passt das dann schon. Und dann müssen wir gucken, also das haben wir jetzt, sag mal so vom Ablauf her, wir machen jetzt erst die Schwelle, zumindest die ersten 7 Meter da drunter. Wollen wir mal gucken, das war da auch eine schöne Verbindung dann bauen, dann für den zweiten Teil der Schwelle. Und wenn wir dann diesen Teil der Schwelle drunter haben, 7 Meter ist ja schon mal einiges, dann gucken wir uns die Riegel an, da sind ja einige Riegel bei, um die Fenster, die neu müssen und so weiter und so weiter. Wir haben da einen Ständer, der uns noch ein bisschen Sorgen bereitet. Da müssen wir mal gucken, ob wir den eventuell ausbauen müssen, weiß ich noch nicht genau. Das wäre dann eventuell dann also auch noch die Arbeit, also jetzt hier eine Schwelle drunter, dann eventuell also einen Ständer tauschen, ein paar Riegel neu bauen, mit entsprechenden Fehlzapfen einbauen etc. und dann arbeiten wir uns halt so langsam in Richtung andere Giebelwand drüber. Also langsam, sagen wir mal stetig. Und dann muss ich gucken, sobald wir hier eine Schwelle drunter haben, dann sollen natürlich auch die Stützen hier mal langsam weg. Das heißt, dann werde ich den ganzen Klumpatsch hier schön hochmauern von der neuen Bodenplatte bis zur Schwelle. Das Ganze dann wieder, dass das ganze Fachwerk praktisch wieder steht, die Traufenseite. Dann möchte ich auch sehen, wenn ich schon hier am Mauern bin, da sind natürlich auch die ganzen anderen Schwellen. Im Hintergrund seht ihr das ja, das steht ja auch alles nur auf Klötzen, dass das alles dann untermauert wird entsprechend, dass da überall die entsprechenden Stützen raus können oder einfach die Klötze drunter wegkommen. Und wenn das soweit durch ist, dann würden wir an der anderen Giebelseite anfangen. Einfach nur, damit wir hier Stützen rauskriegen und das Ganze mal cool ist. Also bevor wir jetzt die andere Giebelwand auch noch abreißen, weil da müssen wir ja dann auch wieder ungefähr das Gleiche wie hier, wie ihr die letzten Videos gesehen habt. Also dann baggere ich das Ganze auf von außen, dann von innen das Ganze freilegen, dann die Fundamente drunter weg und dann geht das bei der anderen Giebelwand auch dabei. Schön die ganzen Gefache wieder rausdrücken und, und, und. Also da haben wir dann die nächsten Wochen, Schrägstrich Monat T, noch so einiges zu tun. Aber dann wären wir natürlich mit dem Fachwerk auch soweit durch. Und wenn das Ganze dann wieder auf eigenen Fundamenten und entsprechend dann steht, ich denke, dann haben wir auch an der Stelle einen ganz ordentlichen Meilenstein dann geschafft. So, und dann, dann geht es übrigens dabei mit dem Dachstuhl. Das ist dann praktisch direkt darauf folgend. Sobald das Fachwerk steht, sind wir hier bereit an dem Haus für den neuen Dachstuhl. Das heißt also spätestens, wenn wir bei der anderen Giebelwand anfangen, muss ich mir mal Gedanken machen, wie wir das Ganze dann hier umsetzen. Also dann, weil dann geht es so langsam in den Endspurt sozusagen. Naja, aber soviel jedenfalls hier für heute. Das war jetzt erstmal ein bisschen ausmessen, gedönst und hier schon mal die ersten Zapfen und so weiter schneiden. Der Plan funktioniert. Das heißt, jetzt werden wir den in den nächsten Tagen beziehungsweise in den nächsten Tagebüchern für euch hier von der Skalierung her, werden wir das Ganze jetzt hier nach und nach denn umsetzen an der Stelle. So, dann würde ich sagen, an der Stelle können wir für heute mal Feierabend machen. Wir sind jetzt eigentlich ganz gut vorwärts gekommen. Was ich letzte Woche schon meinte, am längsten dauert halt jetzt so der erste Tag die Vorbereitung überall mit dem Laser erstmal die richtige Höhe finden, dass da hinterher die Schwelle auch gerade drunter liegt und so weiter. Das wäre ja auch durchaus empfehlenswert. Und naja, die ersten beiden Zapfen haben wir fertig. Das ist schon ganz cool. Und so geht es jetzt hier an der Wand weiter. Und mal schauen, nächste Woche können wir da mit Sicherheit auch schon die Schwelle einhängen. Da muss ich nur gucken, die muss ich natürlich irgendwie noch aus der Werkstatt rauskriegen. Die hatten wir da ja schön in dem Nebengang da versenkt. Und mal gucken, wie gut ich da beikomme. Ich kriege jetzt schon Rückenschmerzen, wenn ich daran denke, dass ich da wieder die ganzen Hölzer da oben schachten muss. So eine Witzka. Aber gut, da könnte mir vielleicht dieses Mal der kleine Caterpillar ein bisschen weiterhelfen. So weit, so gut. An der Stelle noch mal Entschuldigung für alle, die sich vielleicht ein bisschen erschrocken haben. Ich bin mal sehr gespannt, wie viele Zuschriften ich kriege von Leuten, die vielleicht hier die Situation ein bisschen kennen. Wie gesagt, das mit der ICE-Strecke war ja nicht ganz so weit hergeholt. Und da wird sich vielleicht der ein oder andere ernsthaft erschrocken haben. Das kann ich euch dann ja in der nächsten Woche berichten, was da so für an Reaktionen gekommen ist. Aber wie gesagt, für alle, die sich echt erschrocken haben, natürlich noch mal ein kleines Entschuldigung. Aber einen April-Scherz wollte ich mir dies hier halt nicht entgehen lassen. So. Naja, das war es jedenfalls für mich für heute. Wenn noch was sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Auch hier am Sonntag freue ich mich natürlich immer darauf. Und würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Tagebuch wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.